Ziel wählen. Flüssig-Tiberium-Bombe gestartet. Initialisiere Videoabwohnung. Es funktioniert, Commander. Die Invasoren geben auf. Sie sind wehrlos. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen, Commander. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Der Krieg gegen die Invasoren ging heute zu Ende. Aber er endete sehr tragisch. Eine Flüssig-Tiberium-Bombe von der GDI in der roten Zone des Mittelmeerraums gezündet, löste eine Kettenreaktion aus, deren Schockwellen tausende von Kilometern weit reichten. Und die Zahl der Toten liegt bei über 25 Millionen Menschen. GDI und NOT. Die Wissenschaftler prophezeien, es wird noch mehr Verluste in den nächsten Monaten geben. Tja, die Aliens sind weg. Alle Türme sind zerstört, bis auf den im Mittelmeer. Aber es kämpften zwei Truppen gegen uns und das war einfach zu viel. Bevor wir den Turm erreichten, war das verdammte Ding bereits uneinnehmbar. Allerdings hat man mir versichert, dass der Turm inaktiv ist und völlig harmlos. Wir werden wohl nie erfahren, wieso er gebaut wurde. Und nun zu Ihnen, Commander. Sie sind eine Schande für diese Uniform. Zig Millionen Tote, Ihre Truppen gefallen. Ich würde Sie höchstpersönlich vor das Kriegsgericht zerren, wenn ich könnte. Leider hat Ihr Freund Boyle die Medien überzeugt, dass Sie ein Held sind. Daher sind Sie unantastbar. Aber Sie müssen mit dieser Belastung leben. Viel Glück dabei. Was habe ich gesagt, Commander? Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Noch eine Minute bis zur Pressekonferenz, Direktor. Sie haben sicher gehört, dass Granger zurückgetreten ist, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Damit werde ich Sie, Kraft meines Amtes, auf dieser Pressekonferenz zum neuen Oberbefehlshaber machen. Halten Sie zu mir, Commander. Dann führen wir die GDI in eine erfolgreiche Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017